Ah, hier ist Gabi, hier ist Gabi, okay, alles klar. So, wo ist Gabi? Kann ich gar nicht ein Mikrofon? Hallo Gabi! Ah, alles klar! Gabi ist hier! Hallo Gabi! So, alles klar! Jetzt erzählt Gabi, dass ein Dämpfer macht ja nichts aus! Okay, dann würde ich sagen, Topf, die Wette, geht's! Hallo und guten Morgen, meine Damen und Herren! Mein Name ist Prinz Emrah, und ich würde euch vorstellen, zu Ihnen diese fabulose neue Sache. Alle, die überall in der Welt, egal welche Kultur, werden sie brauchen, ich bin sicher. Und ich erzähle euch etwas ganz Besonderes über es. Es ist fabulose, fabulose, fabulose. Du kannst es in so many ways benutzen, in deinem Haus, in deinem Garten, in deinem Bett, in deinem Bett, in deinem Bett, in deinem Bett, Es ist powerfull, und es ist so flamboyant. Du kannst es mit deinem Freund oder deinem Freund, und deinem Freund ist multisexual. Und du siehst, was ich meine? Du musst nicht nur eins, nicht nur zwei, ich denke, dass alle, zumindest drei, wenn nicht vier oder fünf, dieser neuen Sachen brauchen. Und dann kommen wir bei uns gleich in eine ganz kurze Tausung, und zu uns kommt Jan und Thomas. Das darf es sein. Das darf es sein. Das darf es sein. Das darf es sein. Okay. Dann würde ich dann sagen, Das darf es sein. Hallo, 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 schön. Ich bin Gabi. Ich bin sexy, und schaue zu meinem Pertuch. Jeder will, wenn du es liebst, das darf es sein. Ja, ja. Komm, komm, everybody, komm. Geh es. Nur für fünf Minuten, mit unglaublichen Angeboten. Geh es. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja. Geh es. Ich weiß, dass du siehst, macht dein Junge froh. Geh es. 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 Wir kommen zu den nächsten beiden Kandidaten. Die nächsten beiden Kandidaten sind natürlich da. Und Sophie! Sophie, welche Tasche darf es sein? Die. Alles klar, das ist dein Produkt. Und dann geht's gleich los. Stopp! Die Wette gilt. Oh mein Gott, habt ihr sowas schon gesehen? Also, das ist das Beste, was euch je passiert ist. Ihr werdet es lieben. Bei uns heute zum absoluten Spitzenplatz. Kauft, solange der Vorharteit. Es sind noch 225.000 Aufladen. Innerhalb habt ihr jetzt drei Minuten wahrscheinlich verschwunden. Weil jeder hat es damals zuhause. Jeder stellt sich auf den Tisch. Oder ihr hattet sich ins Handschuh, acht im Auto. Oder freut sich, dass es auch den Kiezen von sich hinkriegt. Und vielleicht immer wieder ein Laut von sich geht. Kauft jetzt noch. Noch ist genügend Zeit. Noch sind genügend Produkte da. Ich sehe gerade, es sind noch 225.000 da. Die Zahl nimmt es ab. Also, nichts mehr an dieses wunderbare Produkt. Und kauft bei uns, bis die Kabel machen. Bis das Telefon platzt. Ruf an. Kauft's euch. Ihr braucht es. Ihr wollt es haben. Immer und überall. Jederzeit. Ihr werdet glücklich damit leben. Dann kommt jetzt der Frank nach vorne. Voraus. Ja, das war ich. Hallo. Hallo? Ja, er hat es wohl gezogen. Ja, ihr habt es wohl gezogen. Ja, ja. Und sonst, du haste halt zu selben Farben. Was darf es sein? Du nimmst die. Alles klar? Dann würde ich mal sagen, Danni! Danni! Stellt euch vor, ich verkauf euch jetzt etwas, was unglaublich ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ihr geht in einen Laden und wollt eigentlich nur eure Potentaventur aus Tarahan tauschen. Ihr wollt unbedingt ein tolles Lega- ein Lega-Prägemittel haben und dieses Lega-Prägemittel, was ihr jetzt hier haben könnt, das ist unglaublich preisend. Ihr könnt euch natürlich auch noch eine Etage tiefer bücken, weil dort die ganz wundervollen Kombinationsmöglichkeiten sind. Ihr könnt damit auch sogar eure Knöpfe wundervoll mit polieren. Ihr könnt auch gleichzeitig ja auch so ein bisschen aufknöpfen und feststellen, dass all das, was ihr an Klamotten waschen wollt, gar nicht in die Waschmaschine tun müssen. Und ihr könnt auch natürlich mit diesem unglaublichen Produkt die einzigartige Möglichkeit haben, dies gleich mit zu pflegen, dieses unglaublich erschwingende Lega-Prägemittel aus dem Hause Pflegemittel aus dem Hause Pflegemittel Pflegemittel und dann könnt ihr euch dann mit einem Schläger einsetzen. Und dann könnt ihr euch dann mit einem Schläger einsetzen. Ja, vor ein paar Jahren hat vor ein paar Jahren... ... ...